So wie ich es eben doch mal mit Via-ASD so am Ausfahren ein einzigen Aufheben fallen lassen Hallo, zieh das Ding ein! Irgendwie zieh das Ding nicht ein Warum macht der so was? Ich habe keine Ahnung Ich bin geringfügig überfragt, kann das sein? Okay, die Frage ist, brauche ich den überhaupt? Ja, wahrscheinlich schon, weil ich hier durch das Ding sonst nicht durchkommen kann das sein Ich schaue mir das mal eben an Äh, runter bitte, danke Nein, weg! So, jetzt muss ich mir das hier mal genauer anschauen Ob ich hier rauskäme, weil ich glaube Darum geht es gerade Oder? Äh... So, toll! Jetzt macht das, oder was? Okay, da komme ich nicht rein Also, dann nochmal hoch Auch wenn die Aufhängung etwas komisch ist Auch wenn die Aufhängung etwas komisch ist Ähm, naja, solange ich meinen Zweck damit erfülle... Ah! So, jetzt muss ich das doch eigentlich nur noch so machen Aber... Darum ging es ja Okay... Ziel erfüllt! So, dann komme ich jetzt endlich aus dem Laden hier raus. Ich muss ja auf die andere Seite, ne? So. Gut, Auto kann ich wohl... Wie, hier schleicht sich jetzt das an. Ich brauche noch ein bisschen Medizin. Aber in erster Linie... Hmm... Kommt man da eigentlich durch? Naja, drüber. Nicht durch. So. Es sieht so aus, wie wenn ich hier die Straße entlang müsste. Vielleicht kann ich ja das ein oder andere Gebäude noch erkunden. Hä? Hmm, jagen wir doch nicht so einen Schreck. Aber was? Moment, Moment, Moment. Ah! Na toll. Also... Fuck! Oh! Mann! Hm! Wo wird denn jetzt geladen? Ach ne, really? das ist schlecht so geht es das problem ist hallo so das problem ist ganz einfach ist gut ist so treffen die mich hier oben nein egal wenn ich mir den auch wenn ich den auch irgendwie was rein holen könnte mit dem ding mach das ding auf aus hier mehr brauche ich nicht so aufhören auf mich zu schießen auf so flüchten 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 so sind die da oben noch ja ja definitiv ich sollte mich er ist der kran macht es geht ja auf keine schieferhaut mal ist er den zaun hier abreißen müssen da komme ich zu den eigentlich irgendwie hoch ja die frage ist ob ich das will oder überleben würde ich komme nicht hoch das war jetzt keine gute idee da hin zu gehen das sehe ich jetzt schon ja 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 ich werde wohl im zweifelsfall gleich wieder sterben ok halt auf mich zu ballern ja ist nix ich muss die da drin irgendwie eliminieren so dass sie mich aber gleichzeitig nicht treffen so schnell weg hier schnell weg 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 toll eine sackgasse sehr gut gemacht so leise wenn sie mich nicht hört es sind ich werde so auch So... so... Nein! Fuck! Gut... Also wir wissen was wir tun. Wir hauen den Zaun zu Brei. Und alles andere ist egal. So. Einmal da hoch. Das hier mache ich wieder mit Tastatur. So... Komm... Nimm das Ding jetzt mit. Und dann gehts... Hier... Yeah... So... So gut... Das sollte reichen. So... runter... Ja... Komm... So... So... Jetzt muss ich hier noch irgendwie vorbei. Ne? Ohne dass sie mich großartig irgendwie treffen. Was sie aber leider tun... Komm schon... Hier können sie... Oh... Puh... Naja... Es war nicht top... Aber hier speichere ich jetzt mal... Spiel Späschern... Aktuelles Spiel... Und dann versuchen wir unser Glück... So... vorbeirennen... Go, 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 go... So... haben wir hier drin irgendwas... Nichts Produktives... So... Dann hole ich mir die... Waren das nur die zwei? Es wäre schön... Wäre wirklich sehr schön... Puh... Puh... Nichts brauchbares hier... Ohne Witz... Ich sollte erst nachschauen... Ob das wirklich nur die zwei waren... Aber das sieht so aus... Dann hole ich mir mal den... Ihre Munition... Und irgendwo bellt noch so ein scheiß Köder... So... Das sieht doch jetzt mal nach was aus... Ähm... Hm... Hm... Das ist alles schön und gut... Aber was soll ich hier drin? Was soll ich hier drin? Ne... Hier geht es glaube ich gar nicht weiter, ne? So... Die Frage... Ah... Hier... Schön, dass einem das auch mal jemand sagt, ne? Gut... Hier kann ich glaube ich nicht so nötig viel reisen... Aber das ist auch nicht... Obwohl... Ne... Das ist glaube ich auch nicht das richtige... Muss doch da drüben irgendwo was sein... Oder da vorne... Vielleicht muss ich auch da vorne hin... Vielleicht... Vielleicht... Ich schau's mir mal an... Ach... Jetzt komm schon... Komm... Ey... Kann ich nicht auf die... Doch... Geh doch... Okay... Da bewegt sich... Metall... Oh... Warte mal... Wie komm ich denn da hoch? Hier rüber? Alter... Lass mich da hoch! Lass mich da hoch! Hä? Warte mal... Warte mal... Was ist denn das hier? Okay... Das ist... Ah... So... Gleich mal direkt... Gleich mal direkt wieder speichern... Da wir ja jetzt... So schön... Weitgekommen sind... Nicht dass uns gleich hier... Wieder jemand abmurkst, weil soviel Leben habe ich nicht... Aber... Vielleicht... Was zum Geile. Ich wollte eigentlich gerade gucken, ob es da drin ein Medikit hat. Was ist nun? Das war wohl Akt 1. Dann bleibt mir nur noch eines zu sagen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und hier seht ihr nochmal alle, die an diesem Spiel beteiligt waren. Wir sehen uns in Akt 2. Macht's gut, bis dahin. Viel Spaß. Tschüss. 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 Schleifte.